Und Epic, wann haben wir wohl das letzte Mal UNO zusammengespielt? Ich weiß es nicht. Das ist so lange her, das war einfach 2019. Und Leute, wir spielen heute mal wieder UNO in Minecraft. Also die UNO-Regeln muss ich wahrscheinlich nicht erklären. Falls doch, Farbe auf Farbe, Zahl auf Zahl. Es ist relativ selbsterklärend. Und ich würde sagen, wir machen heute, wer das erste Mal, machen wir drei oder fünf Mal gewinnt. Wenn ich das erste Mal gewinne, dann bin ich selber. Hey, also ich glaube, beim letzten Mal habe ich dich sehr stark abgezogen. Und das versuche ich natürlich heute direkt wieder. Warte mal, kannst du dir schon direkt eine Karte aussuchen? Ich kann mir keine aussuchen. Ach so, weil die hier... Ah, ich kann, glaube ich, irgendeine legen. Kann das sein? Wer ist jetzt dran? Ich weiß nicht, du hast doch angefangen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Haben wir hier eine plus vier zu Anfang? Ja, eigentlich ja schon. Aber ich weiß nicht, wer die... Wie viele Karten hast du? Ja, normal. Sieben, ja. Ja, ich lege einfach mal eine, ja? Ja, vielleicht bin ich auch dran. Aha. Aha. Aha, okay. Vielleicht am Anfang ist es gar nicht so. Okay, aber ich ziehe erst mal weiter. Wir haben direkt eine blaue. Das kann ich auf die andere Seite auch gucken. Ah, nee, wir müssen zusammen schauen. Deine Karten kann ich natürlich nicht sehen. Ja. Na gut, okay. Ich versuche Epic auf jeden Fall abzuziehen. Das passt schon mit dem Blau. Passt das auf jeden Fall. Hast du noch eine blaue Karte? Nee, habe ich nicht. Doch, jetzt habe ich eine. Okay, unten seht ihr zum Beispiel, steht da jetzt Epic Stunt Skip the Turn. Warum darf ich nicht legen? Das bedeutet, er konnte sozusagen nicht die Karte legen. Hattest du keine Karte? Ich habe gezogen. Okay, also es war jetzt so, dass Epic nicht legen konnte. Er musste eine Karte ziehen und darf aber nicht nochmal legen. Also, falls ihr das anders spielt, es gibt immer sehr viele verschiedene Karten. Ich habe jetzt tatsächlich auch keine Blau, aber ich kann mir Rot wünschen. Und ich glaube, das passt ganz gut. Darf ich jetzt direkt nochmal legen? Nee, darf ich nicht. Okay, du bist dran. Ja, was weiß ich? Okay, Epic, jetzt wird es fies. Jetzt wird es richtig, richtig fies. Guck mal. Ich glaube, du darfst nicht. Ich glaube, du darfst nicht. Und ich glaube, du musst nochmal Karten bekommen. Was hast du denn hier insgesamt? Ich sage doch, ich ziehe dich doch mal ab. Warum kann ich das nicht drauflegen? Hey! Ich muss zwei nicht auf plus zwei legen. Ja, anscheinend geht es hier nicht. Oh, ich muss Uno sagen. Ich muss Uno sagen. Oh mein Gott, ich hätte es fast vergessen. Ich kann nicht verlegen. Ja, du musst Rot legen. Ich kann nicht. Du bist dran. Dann habe ich gewonnen. Easy Game. Wer hat das denn so gut gemacht? Haben wir gesagt, jetzt eigentlich Best of Three oder Best of Five? Drei? Ich darf wieder nicht legen. Ich habe gewonnen. Ich darf wieder anfangen. Das ist ja der Hammer. Okay, Epic. Guck mal. Ich glaube, du darfst wieder aussetzen. Und du darfst jetzt Rot legen, wenn du möchtest. Oh, das ist ja echt blöde. Oh, ich würde so gerne deine Karten sehen. Oh, warst du eine Karte? Oh, nee, bloß vier. Mein ganzes Deck ist voll. Was? Ja, jetzt bist du dran. Ich habe... Warte mal. Ich habe sechs Karten. Ich habe mehr Karten als in meiner Hotbar. Weißt du, wie das aussieht? Ich kann hier Karten... Gelb legen, bitte. Hey, was ist das denn? Ja, hier, gelb, bitteschön. Ah, nee. Ich kann nicht. Du bist dran. Ach, ich bin noch dran. Ja, nein. Du hast mir jetzt nicht nochmal... Bin ich noch dran? Das ist dein Ernst? Ach, ich war nochmal dran. Das ist ja nett. Nee. Blau jetzt. Ach, hör mal auf, du. Blau. Ja, hier, blau. Danke. Ich muss jetzt erstmal meine Karten runtersortieren. Oh, nee. Hier, blau. Oh. Sag Uno. Okay. Jetzt ist die große Frage, Leute. Ich glaube, ich muss mir eine andere Farbe... Ich kann mir eine andere Farbe wählen. Und das mache ich auch. Nee, das war blau. Das war blau, bitte. Ja, okay. Safe. Er hat kein Blau mehr. Ich punkte jetzt auf Gelb. Naja, sehr gut. Okay, du hattest es nicht. Gelb habe ich aber. So, gelb müsstest du... Oh, du hast Gelb. Und du sagst auch Uno. Oh, hast du nochmal Gelb? Nee, hast du nicht. Komm. Du hast nicht. Du kannst nicht nochmal Gelb haben. Ja, 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 ja. Genau, genau, genau. Okay. Okay, das heißt, ich bin dran. Ja. Ja, okay. Bitte blau. Ja, du hast nicht nochmal Gelb. Komm. Und? Nein, du hattest Gelb. Jetzt bitte blau. Ja, aber jetzt hast du nicht nochmal Gelb. Ich kann das ja die ganze Zeit so rechnen. Gewonnen. Du hattest eine roten. Oh nein. Du hattest die gleiche Zahl. Die roten, die sieben hatte ich die ganze Zeit. Oh nein. Nein, das wusste ich ja nicht. Wie gut ist das denn? Na gut, eins zu eins. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Bin ich jetzt dran oder bist du dran? Äh, ich bin dran. Oh, du bist dran. Okay. Warum müssen wir das aussetzen zum Anfang? Ach so, ja. Ach so. Das ist ja nicht so fies. Oh, du hast mir wieder zwei Karten gegeben. Was machst du denn da? Ich spiele mit mir alleine. Oh, no. Hey. Okay, warte mal. Ich habe zumindest jetzt wieder eine volle Anzeige. Willst du schubsen? Hör mal auf. Hör mal auf. So, hier, komm. Kriegst auch mal ein paar Karten. Danke. Guck mal hier. Schön. Und wie ist es, komplett die Hotbar voll zu haben? Ja, hatte ich jetzt erst einmal. Oh, ja. Super. Warum darf ich denn nicht spielen danach? Ich habe hier eine rote Karte. Okay. Ich bin... Ne, du bist dran. Ach, ich bin dran. Okay, rot. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, ich bin... Ah, grün. Ja, habe ich auch. Haha. Ah, haha. Hey. Hey. Hier. Oh, nein. Hör mal auf. Ja, hier. So, okay. Grün. Grün habe ich auch noch. Natürlich. Jetzt haben wir wieder... Jetzt, guck mal. Jetzt geht es auf blau. Ah, danke schön. Ja, kein Problem. Oh, Gott. Ich weiß nicht, wie viele Karten du noch hast. Was? Was? Oh, no. Du hast hier... Deine vorletzte Karte war eine Wunschkarte. Hey, ja, was... Ich kann ja... Ich kann ja nur blau... Ja, du wirst ja gewinnen. Ja, hier. Ich habe noch meine Wunschkarte. Du hattest zwei Wunschkarten. Ja, ich hatte zwei Wunschkarten. Ach, das ist doch fies. Zwei zu eins. Ah, wie gut. Ich dachte, ich ziehe dich jetzt hier ab, aber du ziehst mich ja ab oder so. Bin ich jetzt dran oder bist du dran? Ja, du bist dran. Oh, komm. Ich gehe direkt hier. Blau, blau, blau. Rot. Komm. Nö. Wie sieht es aus? Ach, ich darf direkt, ne? So, guck mal, da darfst du es sogar nochmal aussetzen. Und da darfst du nochmal jetzt... Okay. Na gut, okay. Hä? Du skipptest? Du hast kein Rot? Doch, habe ich. Hä? Ach so, stimmt. Du bist dran. Also, ich habe hier nochmal Rot gelegt. Also, ich habe hier nochmal Rot gelegt. Was machst du? Die Eins. Das ist schlecht. Ich habe kein Rot mehr. Oh, nein. Oh, du musst es ziehen. Ja, musste ich. Möchtest du Grün haben? Ja, ich sage dazu gar nichts. Okay, bitte. Ja, okay. Ist okay. Ich finde es mir gelb. Uno. Oh, nee. Das war es für mich. Und du hast gewonnen. Und gewonnen. Sehr gut. Heißt es die... Warte. Die nächste Runde würde schon das Ende bedeuten. Tatsächlich. Nein. Oh, oh. Hey. Da weiß ich noch nicht so ganz, ob das das Ende ist. Na gut, okay. Bin ich dran? Ich fange an. Guck mal. Du darfst direkt sogar aussetzen. Du darfst direkt nochmal aussetzen. Und du darfst nicht nochmal aussetzen. Ah, nee. Du bist dran. Oh, sorry. Okay. Gelb. Gelb habe ich auch natürlich. Ich habe nur drei Karten. Ah, ich würde gerne deine Karten sehen. Das wäre noch ganz nice. Zeig mir mal deine Karten. Hey. Oh, nö. Was wünschst du dir? Rot? Der Rot. Ach, Mann. Ah, du bist. Musst du ziehen? Nein. Aber du... Wenn du legst, musst du auch in der Hinsicht jetzt... Also, das ist ein bisschen anders. Ich würde es jetzt privat in Real Life auch anders spielen. Aber so sind die Regeln hier in Minecraft anscheinend. Magst du Rot behalten? Keine Ahnung. Okay. Ah. Das ist jetzt dezent schlecht, muss ich sagen. Meines Erachtens. Ähm. Ja, ich hole mir nochmal eine Karte. Ja. Oh. Nochmal eine Rot. Das ist ja... Du bist so gütig zu mir. Ich glaube, ich muss nochmal skippen. Ja, du bist... Ach. Nochmal eine Rot. Ja, gut. Ich habe aber Grün. Das passt. Ja, sehr gut. Dankeschön. Oh nein, sag nicht. Nein. Nein. Hä? Achso, ich bin... Du bist dran. Okay. Ich kann nochmal so machen. Dann kann ich nochmal so... Hey. Ja, ja. Ich habe unreserved gemacht. Das heißt, ich bin da dran gewesen. Du hast jetzt eine... Ja. Bleiben wir bei blau? Ja, wir bleiben bei blau. Na gut. Okay. Du bist doch fast zu Ende. Hast du nicht nur noch eine Karte? Ich habe noch sehr viele. Hä? Warum? Du hast eine Karte noch oder so. Ich habe sehr, sehr viele Karten noch. Ja, 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 ja. Ich habe hier gelb. Guck mal. Bitte hab kein gelb. Bitte. Hab kein... Oh no. Nee. Ja, wir bleiben aber bei gelb. Das ist jetzt schlecht. Oh, du musst geskript. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Weil ich ist jetzt auch meine letzte Karte. Und du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Habe ich nicht. Warum? Ich habe kein gelb. Hast du kein gelb? Nein. Ja, das ist natürlich schlecht. Nein. Oh, du musst auskippen. Ich muss auskippen. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe nichts gelbes. Es gibt keine gelb. Ich habe immer noch... Oh, doch. Jetzt werde ich sie legen. Oh, ich nicht. Muss ich legen? Ja, jetzt kannst du legen. Aber muss ich? Ja, du kannst... Ja, du musst legen. Nee, oh, ich muss nicht. Hey, wie? Du musst nicht. Ich habe freiwillig einfach eine gezogen. Ach so. Ah, es ist nur bloß vier. Ah, nee. Nee, ich habe immer noch kein gelb. Oh, ich habe jetzt so langsam alles. Ja, aber du hast jetzt alle Karten. Hier. Kannst du immer noch nicht? Ja, du bist. Es gibt keine gelben mehr. Hier, wir gehen zu grün. Oh, nee. Jetzt hast du gewechselt. So, jetzt... Okay. Rot. Ja, das passt auch für mich. Ich habe auch noch eine rote. Komm, was hast du jetzt? Jetzt kommen deine plus vier raus. Safe. Ja, kommt gleich. Fünf. Ach, epic. Ich habe keine fünf. Hast du keine rot? Ich habe keine rot und keine fünf. Willst du blau oder grün? Sag ich dir nicht. Na gut, dann mache ich blau. Aha. Ja, okay. Ich habe eine blau. Ich weiß nicht, wie viele Karten du hast. Warte mal. Ah, nee. Hä? Warum steht eigentlich rechts zwei bei dir und bei mir nur eins? Ich habe doch zweimal... Ich habe doch auch einmal gewonnen. Ich... Ja, du hast... Du hast zweimal gewonnen eigentlich. Ja, ja, zweimal. Okay, ich wünsche mir grün übrigens. Weil ich habe grün. Ich auch. Aha, aha, aha. Ja, jetzt können wir ein bisschen spielen, meines Erachtens. Nein, du gewinnst, glaube ich. Grün, grün. Oh, Uno, Uno, Uno. Nein, ich habe Uno vergessen zu sagen. Und ich kann nicht legen. Ich kann aber legen. Grün. Oh, ich muss ein bisschen langsamer machen. Ich habe jetzt ein bisschen... Nee, ich hätte gewinnen können. Ich habe gewonnen. Hey, nein, du hast Uno. Ich habe... Oh, ich habe nur noch eine Karte oben gehabt. Die hat einen noch immer mit Tage gemacht. Oh, was ist das denn? Hast du Gelb? Ich habe noch einen im Etat gehabt. Oh, ich habe keine Gelbe. Oh nein, das ist wie so ein Vieh. Ich habe schon wieder Gelb. Keiner hat Gelb. Keiner hat Gelb. Ich habe nie Gelb. Boah, was soll ich das denn? Keine Null. Keine Gelb. Ich habe jetzt die Karten wieder. Ich habe alle Karten der Welt. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich gucke jetzt... Hast du meinen Null? Ich habe... Oh, nee. Habe ich eine Neu? Ich muss ein bisschen gucken, was ich habe. Nee, habe ich nicht. Ich habe wieder alle Karten der Welt. Ich habe alles außer Gelb und keine Null. Wie kann das sein? Ich will noch nicht. Ich habe 30 Karten gleich. Das ist die längste Runde Uno der Welt. Das ist die Leute. Das ist die längste. Seht mal. Ich habe kein Gelb und... Stopp. Ah, stopp. So. Welche Farbe willst du? Sag ich ja. Das darfst du mich da nicht fragen. Ja, gut. Mach mal, blau. Aha. Bin ich dran? Äh, nee. Ich bin dran. Hier. Muss man nochmal zwei holen dir. Hallo? Ja? Komm, darf ich nicht spielen? Ach, guck mal. Wir haben direkt nochmal zwei bekommen. Warum darf ich nicht mehr spielen? Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ist ja auch egal für mich. So. Ach, guck mal. Uno reversed. Dann darf ich nochmal. Ne? Ja. Genau. Oh, jetzt hast du mir zwei gegeben. Darf ich spielen? Ja, du darfst... Nee. Ich muss wieder spielen. Nee, du musst spielen. Du musst jetzt spielen. Nein! Warum müssen wir denn noch mehr? Recht gehabt. Epic, ich habe... Was machst du da? So, jetzt darfst du nicht mehr spielen. Jetzt darfst du nicht mehr spielen. Ich bin dran. Warum darf... Warum ist das so? Warum darf man bei Uno reversed nicht selber? Ich weiß es nicht. Das ist weird, Leute. Okay, jetzt muss ich erstmal nachdenken. Hast du viele Karten? Äh, ich habe... Ich habe... Guck mal. Jetzt darfst du nicht spielen. Nö. Äh, jetzt darfst du nicht spielen. Nö. Äh, ja, und jetzt könntest du gleich wieder spielen. Hahaha. Ja, äh, gelb. So, okay. Jetzt bist du dran. Aha, mach mal blau weiter. Ja, ja, blau. Also, ich sage es immer so. Ich habe den Farben des Regenbogens in meinem Inventar. Was ist da los? Eine vier. Kein Problem. In grün. Äh, in blau meine ich. Dankeschön. Jetzt muss ich mal ein bisschen schauen. Ich muss mal ein bisschen Karten sortieren. So, blau habe ich auch noch. Ich muss echt viel abarbeiten. Ich auch. Sehr viel abarbeiten. Hey, hast du gelegt? Ja, du bist dran. Achso. Äh, okay, dann... Also, ich finde es ein bisschen weird mit dem Uno-Reverse-Ding. Aber theoretisch ist es einfach wie eine normale Karte, muss man das sehen, ne? Ja. Also, bleibe ich... Mach ich jetzt erst mal blau weg. So, jetzt bist du dran, warum auch immer. Danke. Ja, kein Problem. So, eins habe ich in gelb. Also, gehen wir mal zu gelb jetzt. Ja, gelb ist eine schlechte Farbe. Nein! Was? Du hast kein gelb? Nein. Was? Ich habe nicht mehr viele Karten. Ich habe noch drei Karten. Warte, was? Nein. Ja? Echt jetzt? Du bist dran. Ja, okay. Gelb ist schlecht, hast du gesagt. Dann bleibe ich bei gelb natürlich. Ich bleibe bei blau. Ne, das gefällt mir nicht. Du brauchst mal wieder ein paar mehr Karten. Komm, gelb. Und vier Karten für dich. Und kriege ich liegen. Aber ich dran bin. Hier. So, jetzt bist du dran. Ja, bitteschön. Okay. Noch einmal gelb. Und jetzt habe ich das erste Mal wieder nur neun Karten im Inventor. Oh, wie toll ist das denn? Was ist da los? Oh mein Gott. Ah, nee. Grün. Oh, das ist geil. Grün, 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 grün. Sehr gut. Sehr gut. Nein, ich bin nicht aussetzen. Danke. Ja, ohne Reverse, die nicht funktioniert. Okay, jetzt muss ich ein bisschen schauen. Du hast nur noch wenig Karten, meintest du? Oh, nein. Ah, das ist jetzt sehr schlecht. Das ist jetzt sehr, sehr schlecht. Also entweder hast du rot. Ja, ich habe gewonnen. Sehr gut, ich hatte rot. Die längste Runde der Welt gewesen. Sehr gut. Ich hatte, glaube ich, teilweise gefühlt 20 Karten. Oh, was ist da los? Okay, ich würde sagen, ich bin auch... Also du hast eigentlich offiziell... Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du bist der neue UNO-Meister für die nächsten vier Jahre da. Ja. Aber ich würde sagen, ich bin noch eine Ehrenrunde. Eine Ehrenrunde, komm. Okay. Okay. Ah, ich darf wieder anfangen. Das ist so schön. So, okay. Mal gucken. Aha. Ey! Hier. Ah. Nee, du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Welche Farbe möchtest du? Äh, rot. Okay. Echt? Oh, gelb. Du bist so fies. Was ist das denn? Ich dachte, wenn du jetzt auch nochmal gewinnst, dann spiel ich in vier Jahren kein UNO mehr mit dir. Ey, was ist da los? Ich dachte, das ist jetzt etwas, was ich hier gewinnen könnte. Äh, so. Äh, ja. Gelb habe ich. Zwei. Wir haben bitte zu grün jetzt rüber. Ja, ich habe blau. Ja, das ist kein grün. Und nochmal gelb. Oh, nee. Ich habe kein... Ah, ich habe aber noch einen blauen mit der Nummer. Nö, das ist schlecht für mich. Ah, ja. Das ist sehr gut für mich. Oh, das ist sehr gut. Es gibt... Nein! Oh. Warte. Ich bin dran. Ich habe kein... Ich habe kein Blau. Ah, sehr gut. Ah, aber ich habe hier eine UNO... Oh, du bist dran. Sorry. Ich habe immer noch kein Blau. Äh, hier. Ohne Reverse. Da bist du einfach nochmal dran. Ich habe nur kein Blau. Ich habe auch kein Blau. Nice. Ich habe auch kein Blau. Äh, ich habe auch kein Blau. Ich habe auch kein Blau. Äh, ich habe auch kein Blau. Wir brauchen nur eine blaue. Das ist sehr gut für die Nummer. Ah, ich wünsche mir... Wenigstens das. Grün. Ah, sehr gut. Dankeschön. So, ich bin jetzt erstmal dran. So, erstmal setzt du aus. Dann würde ich sagen, kriegst du erstmal wieder zwei Karten. Dann würde ich sagen, bekommst du zwei Karten. Dann würde ich sagen, bekommst du zwei Karten. UNO. Und jetzt bist du... Hey! Oh, nee. Ich habe nichts gemacht. Du bist dran. Sorry, ja. Oh, das ist fies. Was soll ich denn legen für eine Nummer? Weiß ich... Ja, rot muss legen. Ich kann nicht. Du bist dran. Achso. Oh, ich kann auch nicht. Verdammt. Jetzt bist du dran. Jetzt. Oh, oh. UNO. UNO. Kannst du rot legen? Ja, kann ich. Aha. Hä? Oh. Ich kann keine rot legen. Mann. Mir fehlt immer eine Karte. Okay, hier. UNO, 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 UNO. Das gibt es doch nicht. Was sind das immer für Karten? Ja, ich habe immer dieselbe. Du bist geboren. Ich habe keine rot. Nein. Du bist dran. Moment mal. Du hast keine rot? Nein. Ich habe immer nur eine rot, die ich lege. Welche Karte? Was bräuchtest du denn? Das sage ich dir nicht. Dann nimmst du eh die andere. Brauchst du grün? Das sage ich dir nicht. Ah, ich schau mal. Jetzt hör mal auf. Lusierst du jetzt bei mir oder was? Ich nehme rot. Was ist das denn? Ich habe kein rot. Hast du rot? Nee. Hä, warum nimmst du dann rot? Ja, dass du mehr Karten hast, natürlich. Oh, bist du fies. Das kannst du sofort gewinnen. Ich habe kein rot. Ich habe immer noch kein rot. Ich hatte dreimal UNO die Runde. Hier. Wer hat denn rot ausgesucht? Bitte schön. Ja, du hast rot ausgesucht. Hier, da kriegst du schon mal zwei Karten von mir. Danke. Kannst du jetzt einen rot legen? Ich habe kein rot. Ich brauche kein rot. Dann bin ich dran. Ach, guck mal. So. Äh, bitteschön. Jetzt hast du hier eine rot. Hast du wenigstens eine 6? Guck mal, magst du eine 7? Du, ich mag keine 7, tatsächlich. Hast du eine 7 in rot? Oder eine andere? Musst du skippen? Ach, was ist das denn? Warum fehlt uns denn immer eine Karte? Oh, guck mal. Ich habe was Gutes für dich. Guck mal. Bitteschön. Ich wünsche mir grün. Hallo, ich habe mir gerade eine Farbe ausgesucht. Ich habe... Alter, du hast meine Karte übersprungen. Leute, ich habe... Ja! Hey, du hast meine Farbe einfach über andere überschrieben. Bitte grün. Danke. Was ist denn das für eine fiese Sache hier? Ah, darf ich legen? Ah, nee, du darfst legen. Das ist so fies. Ich habe noch legen. Du bist dran. Danke fürs Uno-Reverse. Dankeschön. Okay, jetzt. Jetzt habe ich einen Lauf. 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 Oh, jetzt bin ich dran. Ich kann nicht legen. Du bist... Nee, du bist. Ja, ich bin dran. Ach so. Ich suche gerade eine Farbe, die du nicht kannst. Ja. Aber ich habe nichts. Ah, guck mal. Das ist super, weil jetzt habe ich einen Uno. Oh nein, du hast gewonnen. Kannst du legen? Ja, ich kann legen. Nein! Nein! Geht nett. Geht nett. Also keine Grüne? Nein, ich habe keine Grüne. Nee, hör auf. Willst du noch mehr Grün haben? Ja, ich hätte gerne Gelb. Jetzt hast du offiziell verloren. Du hast... Du... Das gibt es doch nicht. Du hast offiziell verloren, weil ich lege das Uno und jetzt lege ich nochmal... Ah! Okay, wir spielen dann. Gut gewonnen. Ich hatte keine einzige Plus-Vierer-Karte. Dafür hast du die andere Runde gut gewonnen. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!